Und damit Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's show Star Citizen. Und nachdem in der letzten Folge ja unsere Drake Caterpillar so glorios unterging in einem mitreißenden Gefecht und ich mein erstes Schiff tatsächlich das allererste wirklich in dieser, im Universe zerstört hab, im Pre-Universe ähm, hatte ich mal wieder Bock auf ne, auf ne richtig äh, richtig schöne Runde muss grad das Mauspad richtig schieben richtig schöne Runde Multiplayer. Und zwar Love Stand denk ich mal, ne? So, Customize Loadout können wir nochmal kurz machen. Und zwar haben wir hier nämlich ist alles lockt, ist alles lockt, ist egal hab ich jetzt keinen Bock drauf, das ist wie es ist Wir gehen zurück Find Match Zack, Match gefunden, wie immer richtig schnell Und dann können wir denk ich mal auch schon los lögern So, komm schon, komm schon, komm schon Lade Lade The longest black squid of all types Ich kann mir währenddessen schon nochmal was zu trinken einschenken Bevor die Action hier am, am dampfen ist 5, 4, 3, 2, 1 Ich seh nix Alles klar, wir sind drin Wir sind drin, wir müssen mal ein bisschen zurechtfinden hier Alles klar, das ist der neue Helm anscheinend Ich hab mir den anderen aufgesetzt Alle diese geschlossenen Helme Können wir denk ich einfach mal uns langsam vorarbeiten Das war tatsächlich mein erster Kill Aber ich bin getroffen Ich muss mich dran erinnern, nochmal die Granate zu werfen Mist Das war ein Stück zu spät mit der Granate Wir machen mal Respawning Das ist noch ein bisschen Kurzzeitig zeitversetzt Hab ich den Eindruck Ja, die Lasergang ist auf jeden Fall besser Weil sie nicht verzieht So Die machen ihn jetzt kalt Sehr Oh, fuck Mist Nicht auf die Umgebung geachtet Das war natürlich Das war natürlich schlau Ich bin ein bisschen So, den haben wir. Alles klar. Wir haben ein Control Point. Wir rücken weiter vor. Alles klar. Da war Feinkontakt. Alles klar. Wir gehen mal wieder zurück. War ich den nicht getroffen oder was? Oh, Kinders. Oh, Kinders. Ich stuck hier. Mist. Das war wieder nix. Responde laut. Erst in OK. Kann ich mir nicht mehr was trinken. Einen Kollegen zugucken. So. Und weiter geht's. Oh, was hat er da Schönes? Etwas mit dem er sich die ganze Zeit verrät, wenn er die ganze Zeit damit rumschießt. Das war jetzt nicht so gut. Ich hoffe, die haben ihn dann erwischt. Nee, haben sie nicht. Ich hab gesehen, er hat noch einen gekillt. Das war wohl nicht so gut. 218. Wir führen noch. Erste Runde. Control Point contested. Yes. Yes. Wir haben einen Gewinner. Was hab ich denn? Drei Kills, vier Tode. Naja. Ein Pimcon 56. Alter. Alter. Alles klar. Nächste Runde. Und Lemmingtrain. Und Lemmingtrain. Okay. 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 Ich hoffe, die Ammo-Kiste ist unexplosiv. Fuck. Hab ich nicht drauf geachtet. So ne Scheiße. Mist. Mist, 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 Mist. Komm, die Kriegste. Kriegste. Ist klar. Wollen wir mal. Er hat sich gerade auf Medipack reingepfiffen. Das wüsste ich gerne, wie das geht. Okay. Okay. Puh, reingelaufen. Nein, ich glaub's nicht. Alles klar. Verstehe. Alles klar. Ich verstehe. Fuck. Nicht drauf geachtet. Man kann das Glas noch kaputt machen. Mir ist gerade aufgefallen. Sehr schön. Sehr schön. Smelterman war der letzte, den ich gekillt hab. Smelterman. Smelterman. Ja. Man. So. Drei, zwei, eins. Respawning. Jawoll. Was war denn mit dem kaputt? Hab ich das richtig gesehen? Hat er gerade an der Decke gehangen? Alter Schwede Ja, siehst du, er probiert auch das Glas kaputt zu machen, sehr schön Hat er ihn? Hat er ihn? Ne, ich glaub Oder killdreckswarm, wenn das war Dann hat er ihn erwischt Spawn 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 Kодар friend dass Ich kätz dich Ich küsse BITCH! Nicht mit Papasajan. Keine Chance. So. Du Sau. Wie viel Ammo? Zum Glück haben wir ja keinen Verlust. Okay. Auf jeden Fall hinten dran mit unseren Punkten. What? What a crazy thing, man. Ich habe vergessen, die Granate floated ja. Das war... Das mangelnde Schleue. Die kriege ich auch noch. Control Point contested. Fuck! Warum hat er nicht mehr geschossen? Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Okay. What the hell? You gotta do better than that. Ja, war richtig, ey. Arrgh. It's all up to you. Kill him or die, try him. Dann laufen wir hier mit dem Trupp mit. Ja, Nachrichten, Messages. Das Dumme ist, die Schritte hört man halt, wenn man läuft. Für den Gegner halt schon mal ein gutes Signal. Nein! Mist! Kreuzfeuer, es war ein Hinterhalt. So, 13 Sekunden bis zum Respawn. Er hackt. Fuck, erst gleich. Yo, das war's. Control Point contested. Don't let them have it. Fuck, 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 fuck. Es wäre jetzt gut zu wissen, wie man Medical Sachen einsetzt. Fuck! Was war das jetzt? Scheiße, er hat er abgeschossen. Alles klar, ich dachte, ich wäre durch den Gegenstand gestorben. Okay. Puh. Alles klar. Was? Die Energy Shotgun. Leck mich fett, ey. Abholen. Ne, warte. Warte mal die drei. Du Arsch. Sweet Revenge, ne? Was? Was? Wo war der denn? Was? Alles klar. Control Point contested. Okay. Am Arsch! Alter, hoffentlich hat ihn gerade eine Hand erwischt, ey. Himmelarsch und Zwirn. Spawning. Control Point contested. Control Point contested. Control Point contested. Ups. Ups. Okay, wir gehen hier rum. Wechsel mal wieder auf die... Wechsel mal wieder auf die zwei. Fuck! Gerade, als ich die Waffe gewechselt habe. So eine Scheiße. Junge brauche ich halt immer so ewig lang, um die Waffe zu wechseln. So einmal in der Hand und dann einmal wieder weg und so. Und dann... Oh. So, jetzt letzte Runde, Jungs, ne? Hier gehen so wenige lang, dann gehe ich hier mit. ... So. So. Weg da, du Sau Fuck Da oben war der Arsch Okay, warte, warte Warte, 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 warte Was ihr könnt Das kenne ich auch schon Ah, 6,6,6,6,g Sprint, Kontext Marketing, Chat chat advance control modifier prone feier look for the person sagt feier muss sehr viel blablabla item flashlight move roll blablabla sexy camera advanced cam bla will ich nicht sprint jump pause console sidearm force respawn curser leute f interakt interakt flaschleiter t move back ja es ist klar keine ahnung ich habe ich keine ahnung so eine schweinerei jawohl ihr schlampen komisch und wechselte die waffe nicht ach fick dich doch was ist denn das für einer bitte wie kann er denn so viel aushalten wir haben doch zu zweit auf den drauf gehalten gibt's doch nicht ja 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 Nein 15 Kills, 17 Tode Ist aber ansatzweise eine gute Statistik Und das war es auch für diese Runde Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Bis dahin Haut herein